Hallo meine Lieben, ich bin hier heute, weil ich werde gleich einen meiner größten Fans überraschen. Ach Ross, wenn die Welt doch so einfach wäre. In Wahrheit überraschen heutzutage nämlich die vermeintlich Überraschten den Überrascher. Oder einfach gesagt, Ross hat keine Ahnung, dass er heute selbst jemandem auf den Leim gehen wird. Nämlich hier, Susann Sideropoulos, die sich gerade noch schnell in den Superfan Anita Herkenrath verwandelt. Der Superfan mit Susann Sideropoulos und Ross Anthony. Und hier schleicht Ross mit seinem Kamerateam direkt in unsere versteckten Kameras, um Susann, äh, Anita zu überraschen. Anita. Hallo, ich habe gedacht. Perfekt, Erstkontakt geglückt und nicht erkannt. Hi, wie geht's dir? Hat ihr das gewusst? Alle wussten das her. Oh, ist aber toll. Du darfst den ganzen Tag mit mir verbringen? Oh, das ist total toll. Ja? Okay, ich gehe kurz rum. Ich glaube, ich will dich nicht mehr umziehen sehen. Und während wir Anita ein bisschen schick machen, wird Ross langsam ungeduldig. Er will Achterbahn fahren. Anita, Anita, Freizeitpark wartet auf uns. Und das ist sie schon ganz frisch gestylt. Ein bisschen Pop, ein bisschen Star, falsche Zähne, buntes Haar. Oh, komm, komm. Aber du musst nicht schüchtern sein, ne? Alles gut. Du kennst mich jetzt inzwischen. Schau mal, was ich für dich organisiert habe. Ist es deine? Aber alle Superstars haben Limousine. Ne, leider nicht. Steig bitte ein. Sie ist total goldig, ne? Und die so harmlose Anita ruft als erstes ihren sehr eifersüchtigen Freund an. Am anderen Ende ist übrigens unser Praktikant. Rudi! Schatz! Du glaubst nicht, mit wem ich jetzt gerade in der Limousine sitze. Pirate. Falsch. Mit Ross. Ross Anthony. Ey, du weißt ganz genau, dass ich mich so freue. Ah ja, tschüss. Was ist mit ihm los? Ja, das bescheuert ist der. Hey, ich weiß auch nicht, der ist einversüchtig. Wie sieht der eigentlich aus? Sieht aus wie du. Ah ja. Ne? Falls sie ihren Augen nicht trauen, dass links ist Ross und rechts ist Rudi. Oder umgekehrt? Worauf sich Ross freut, ist klar. Achterbahn, wir kommen! Aber Anita hat ganz andere Pläne. Ne, was fangen wir an? Hallo? Hey! Ist der Ross? Den wirst du schon sehr spät. Ja, kann ich ein Foto machen? Klar, aber immer mit Anita. Ich muss da auch mit drauf, weil ich bin heute mit ihm unterwegs. Na super, einmal den Ross getroffen und jedes Mal ist diese Perücke mit Brille mit im Bild. Es läuft bei den Fans. Wenn sie schenkt mir ein Foto, dann schenke ich dir auch ein Foto. Guck mal. Oh, eine Giraffe. Wir gehen jetzt zur Achterbahn. Die Achterbahn muss warten, Ross. Erst will Anita ihre Mini-Giraffe. Und du hast sie bezahlt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, gell? Nein. Doch, wir können das nicht die ganze Zeit rumtragen. Bitte. Können wir nicht den Schein erstmal ein kleineres mitzunehmen? Guck mal, ich nenne den auch Ross. Ross und Ross. Das ist voll cool. Au. Ross und Ross sind jetzt schon Best Buddies forever. Müssten wir das jetzt tragen die ganze Zeit? Ja. Und Anita hört nicht auf mit dem, was Ross am meisten hasst. Wir müssen jetzt echt los. Entschuldigung. Wir müssen jetzt echt los. Anita geht weiter. Ross-Fans auf die Nerven. Darf ich ein Selfie mit dir machen? Ja, ja, ja. Entschuldigung. Moment, Moment. So, jetzt. Sag mal, bist du? Das gibt's doch überhaupt nicht. Also wirklich. Mann, ey. Stell die nicht so an, du blöde Kuh. Ross unter Schock, denn seine Fans sind ihm heilig. Kannst du die doch mal nehmen. Ach ja. Ross bleibt vor der Kamera cool, auch wenn das Viech so langsam nervt. Also die Giraffe. Ja, aber der Ross ist berühmt. Deswegen kann der immer zuerst. Ach so, du warst zuerst dran. Ach so, dann bitte. Nein, aber du darfst das. Nein, aber du darfst das. Du bist doch Superstar. Erdbeer. Sie möchte gerne Erdbeer. Nein. Das ist super, Dankeschön. So. Ganz vielen Dankeschön. Bist du jetzt bereit? Bereit für die Achterbahn, meint Ross. Ich kann jetzt mal einer den halten. Ich kann den nicht mehr tragen. Ganz echt. Hallo. Oh, das schenke ich dir. Nein, das ist meiner. Wir haben nie mit der Achterbahn gefahren. Noch nie in deinem Leben. Nee, aber mit Wasserbahn. So ähnlich, ne? Ich habe so Angst. Ross, aber das kann nicht aufgehen, ne? Wirklich nicht, ne? Nein. Versprochen? Ja. Ich glaube, ich habe schon Nasenbluten. Nein, das stimmt nicht. Habe ich Nasenbluten? Wir haben noch nicht angefangen. Endlich hat Ross Spaß. Endlich. Und deswegen will er natürlich eine Zugabe. Nee, nochmal. Nee, nochmal. Bleiben mit Rabeibe. Reifst du. Eine noch. Nein. Nochmal. Bleiben mit Rabeibe. Kann ich ganz schnell zur Toilette gehen, weil ich muss kotzen? Sie muss nochmal zur Toilette. Was ist denn eine Toilette? Anita? Ich muss mal einmal sitzen. Hallo. So, können wir uns da mal da hinsetzen? Weil er ist Supersdar, Ross Anthony. Er mag nicht so gerne, wenn da so Leute... Der Rudi macht immer so eine Handmassage. Kannst du da mal hier drücken? Weil dann ist mir manchmal schwindelig, ne? Das ist auch mit der Sonne und dann mit dem Trinken. Und dann bin ich aufgeregt, dass vielleicht hier kurz... Ross kann's vielleicht auch die Tasche tragen. Los, Ross, lach doch mal. Ist doch ein Vergnügungspark. Aber nach so viel Spaß ist auch für Ross irgendwann Schluss mit lustig. Ich glaube, das Letzte, was wir machen müssen, was wir heute machen sollten, ist gar nicht mehr. Ich will Tretboot fahren. Tretboot fahren, Leute, wir gehen Tretboot fahren. Wer kommt mit? Wir gehen Tretboot fahren. Voll geil. Und in diese super Stimmung platzt auch noch der Rudi. Oh, nee, ey. Schatz? Nee, wir gehen jetzt Tretboot fahren. Wir hätten so viele andere Sachen machen können. Du wolltest Tretboot machen. Ja, aber mir ging's nicht so gut. Den ganzen Tag geht's nicht. Und deswegen hast du auch so ne Fresse gezogen. Und so eine. Und so eine. Und so. Und hier. Und da kommt bestimmt noch eine dazu. Du musst hauen. Alle ne Sterne. Dich geschenken. Machst du Vivillon? Ja, jetzt. Kannst du Essélin Vivillon singen? Ja. So, jetzt los. So, Achtung. Jetzt. Siehste? Tolles Gesicht. Scheiße. Hey. Ach. Scheiße. Ach. 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 Weißt du, was ich mir nämlich noch voll wünsche? Was? Dass ich mit dir mal zu so ner richtig schönen Veranstaltung gehe. Mit Rotem Teppel. In Duisburg. In Duisburg. Warum Duisburg? Wollen wir da zur versteckten Kamera gehen? Aber dann verkleide ich mich da als jemand anderes. Als wem? Na, als Deine gute Freundin Susan Sideropoulos. Und die Chöre singen für dich. Oh, mein Gott. Jetzt lass dich zurückgehen. Jetzt lass dich zurückgehen. Hey, dass du das hingekriegt hast, glaube ich nicht. Ich wurde einmal verappelt und dann habe ich zu meinem Management gesagt, das passiert nie wieder. Hey, ich wollte sagen Scheißdreck. Hahaha. Und die Chöre singen für dich. Oh, oh, oh. Ja. Ja.